es sieht düster aus an den märkten ihr seht schon worauf ich hinaus will guckt mal hier im 5 minuten chart da habe ich vorhin schon eine situation gehabt die eigentlich klassisch für mich ein long signal ist hier im 5 minuten chart schub hoch wackelig runter und die erwartungshaltung dass sich das nach oben fortsetzt also in ungefähr gleicher länge und ihr seht ja man wäre hier long getriggert worden aber ganz böse auf die schnauze gefallen denn der kurs hat gedreht das heißt je nachdem wo ihr einen stop platziert hättet das wäre euer risiko gewesen crv ist okay für den trade dieser art also da muss man nicht immer richtig liegen aber der hätte es definitiv nicht gemacht das ist ein interessantes zeichen denn eigentlich ist das ein long versuch noch mal ein long versuch und dann haben die marktteilnehmer gesagt ne 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 traue ich dem markt nicht zu kein gutes zeichen für den gesamtmarkt wenn ein klassisches bullisches szenario so negativ abgestraft wird ist das meistens nicht sehr gut und wir erinnern uns dass der s&p ja schon durch diese unterstützungszone hier sage ich jetzt mal unten durch ist also auch kein so starkes zeichen und wenn wir uns dann parallel den nasdaq angucken nasdaq 100 future ich habe es hier im tagesschart drin wir sind ganz schön jetzt an diesen sagen wir mal unterstützungskreuz hier kreuzunterstützung sozusagen aus den letzten zwischenhochs hier mehreren fibromarken 38er fibromarke aus diesem anstieg aus den projektionsmarken hier aus dem extension level hier sind wir nach unten naja eigentlich schon ausgebrochen wenn man genau hinguckt die marktteilnehmer scheinen es ernst zu meinen nämlich ne ihr könnt ihr vergessen wir trauen dem markt nicht mehr es sieht alles nicht so gut aus auf der aufwärtsseite es macht den eindruck als ob die marktteilnehmer aktuell lust und laune oder den mut verlieren aber zumindest mal wer dann drin ist in den long position noch geld oder zumindest mal buchgewinne je nachdem wie stark ihr euren stopp hinterher gezogen habt stopp ist das richtige stichwort im übergeordneten hättet ihr noch sogar ein bisschen platz wenn ihr das auf den längerfristigen supertrend hier anlegt der parabolik hätte einen dann spätestens hier rausgeholt oder nicht spätestens sondern exakt hier rausgeholt also insofern hätte man damit mehr abgesichert das ist ja klassisch der parabolik zieht immer enger ran man sieht das hier in der abwärtsseite also gegen ende einer bewegung ist der parabolik sinnvoller deshalb habt ihr wahrscheinlich häufiger schon mal diesen 70 prozent sprung diesen st 70 sr das heißt wenn wir 70 prozent der bewegung der erwarteten bewegung hinter uns haben ziehen wir auf den engeren hinterher um das ganze dann ein wenig abzusichern oder enger ranzuziehen das ist nicht immer optimal traden ist so gut wie nie optimal aber es ist zumindest mal ein guter richtwert um in der nähe eines ganz guten ergebnisses eben zu sein hoffentlich so aber das ist jetzt erstmal geschichte wir müssen damit rechnen dass der markt jetzt müssen damit rechnen dass er kollabiert sagt doch nicht so was doof ist naja er sieht noch nicht so richtig dramatisch aus aber wenn wir das im gesamtkonstrukt noch mal uns angucken die insgesamtige bewegung war ja nun auch alles andere als jetzt mustergültig impuls mäßig unterwegs also insofern ist die gefahr nicht so ganz gering dass es jetzt endlich mal zu dieser abwärtsbewegung führt für viele einzeltitel ist das gar nicht so abwegig guckt euch meine tesla apple an beispielsweise die brauchen eine korrektur die schreien förmlich danach die sind immer noch im gesamten übergeordneten bild durchaus als bullisch einzuschätzen aber warten eigentlich auf neue kaufgelegenheiten deshalb wäre auch hier ein rücksetzer mehr als willkommen und dementsprechend etwas was dem markt auch gut tun würde also alle rücksetzer über die wir aktuell sprechen sind jetzt noch nicht das ende der welt und die börse wird untergehen sondern sie sind halt ein zeichen dass die nächste größere korrekturwelle eben ansteht und beim dax beim dau hier ist der dau future haben bisher schon angedeutet 32.000 wäre da eigentlich eine ganz angenehme nummer um sagen wir mal diese klassischen verlaufsmuster so halbwegs wieder zu geben ja viele möglichkeiten die darauf hin verweisen fibonacci projektion und so weiter trendkanal fetischisten da müssten das vielleicht sogar noch ein bisschen sauberer zeichnen aber dann seht ihr ungefähr hier in dem bereich je nachdem wie schnell das erreicht wird hätten wir da bereich um die 32.000 sicherlich interessant und aktuell muss man ja ganz klar sagen ist hier keine richtig dolle positive aufwärtsstimmung mehr zu erkennen hier auch das bild war natürlich bei allen ein bisschen ähnlich hier also für diese wasch möglichkeit hier den bruch nach oben weiß gar nicht ob er hier gebrochen hat s&p hat definitiv getriggert aber zumindest mal ein zeichen dass die markt teilnehmer das nicht aufnehmen wollen oder nicht wahrhaben wollen was diese bewegung entsprechend angeht na gut dann also nicht im moment die aufwärtsbewegung wir sehen aber eine chance dass es zumindest mal eine zwischenzeitliche aufwärtsbewegung gibt dafür sprechen einige indizien zum beispiel sowas hier wir schauen uns das an und kommen dann gegebenenfalls mit dem ein oder anderen trading vorschlag raus sobald eine situation da passend ist zum beispiel diese blauen balken hier sind ja eine ein mögliches indiz eben dafür die dinger zu handeln ihr seht das häufig wenn diese marken verlassen werden dann relativ starke bewegung sich anschließt das muss nicht immer sofort in die richtige richtung hier seht ihr da war es erst auf der falschen dann in die andere richtung aber deshalb machen wir dort beide richtungen und handeln gegebenenfalls auch eine aber er kennt das ganze ihr kriegt von mir ja für beide richtungen den vorschlag und die entsprechenden cancel marken dann entsprechend genannt so und wie sieht es beim dax aus naja der dax wartet ja eigentlich auch auf diesen rücksetzer ich muss allerdings sagen dass diese abwärtsbewegung die wir hier jetzt haben ja nun auch noch relativ korrektiv aussieht also insofern gefällt mir der dax aktuell von allen noch mit am besten zwar finde ich jetzt wenig aufwärts ambition aktuell im markt ersichtlich zumal wenn das das tief war und er jetzt schon wieder hier auf dieser marke war das ist ja ein sehr deutlicher rücksetzer da muss man sich die frage stellen warum wenn die doch so bullish waren warum lassen sie sich so viel wurst vom teller reißen das klingt jetzt auch nicht gut aber diese bewegung ist zumindest mal nicht so richtig der burner sind wir aber ehrlich beim nasdaq dieses korrekturmuster was wir hier haben sieht ja eigentlich auch noch nicht so richtig danach aus also ein bisschen rest hoffnung gibt es dass der markt sich da noch mal fängt im großen die vermutung ist aber dass wir eher nach wie vor jetzt das ist gar nicht so richtig neu aber die zeichen mehren sich dass so diese unteren bereiche vielleicht doch noch mal intensiver angegangen werden und dann wird man sehen ob es von dort wirklich noch mal das 8000er szenario sowas von abwegig oder vielleicht doch nicht das werden wir hier sehen bis dahin ist das nur einfach eine möglichkeit ob die noch mal realistisch wird oder jetzt sofort realistisch ist oder sich realisiert das werden wir dann sehen aktuell müssen wir soweit natürlich noch nicht denken aber rechnet damit rücksetzer auch dieser art sind nicht von der hand zu weisen deshalb zieht ein stopp hinterher wenn ihr das nicht aussitzen wollt und dann gucken wir mal im nachkampf chart jetzt hier heute für den handel ich weiß nicht ich würde mich im moment da eher zurückhalten was diese verhaltensmuster zumindest mal angeht finde ich die wenig attraktiv und verlockend für neuen trade in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute liebe grüße und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal